Was machen wir hier eigentlich gerade? Coringa will die Mauer bauen. Ich weiß nicht mehr was ich machen wollte. Irgendwie war ich hinten bei den Kisten. Ich glaube wir wollten zwischen der Mauer und dem Haus alles aufleuchten. Das wohl so. Wir können auch alles pflastern. Wir können uns einen schönen Garten bauen. Und mit Zäunen und Türen und so. Okay, machen wir das. Oh, hier sind Schaufeln. Das ist praktisch. Kannst du die Bäume wegmachen? Ja, mach mal die Bäume weg. Das ist weit. Soll ich mal alles eindebnen? Inwiefern? In der Platt? Ja, hier den Hügel vor unserem Haus. Ja, aber macht sowas noch verlässlich aus. Ich sag da alles. Alles Mauer, keine Kräuter. Alle sind noch bei der Kräuter. Kann mal jemand den Kräuter drücken? Nein. Oh, hier ist eine Höhle. Ah, ne, doch nicht. Ich bin immer dafür, dass man umlasst uns Plätze gemacht hat. Ich gehe mal aus, ob das Zaun seid richtig. Ja. Wir wollten einen Zaun haben einfach nur. Aber du bist schon wieder fast gestorben. Ich bin immer sechs von dir. Ich weiß, äh. Es ist wie sie ganz in der Obersten da. Ich bin sich immer selber um. Macht grad irgendwer was spannendes? Ist das ein Schwein? Ich frag da was spannendes. Ist das ein Schwein? Ich habe kein Schwert dabei. Aber ich habe einen Bogen und jede Menge Pfeile. Ja, die müssen bald in die Haut. Wär wohl. Koringa. Im Zweifelsfall immer Koringa. Ja. Siehste. Ich mach mal hier das Wasser zu. Geht die Holzmauer da eigentlich nur vorläufig, oder? Ich hoffe doch. Dann hat man den Grund dritten. Weil ich mach dann alles, was innerhalb ist, weg. An Bäumen und so. Jop. Ja, mach das. Ich hab runtergefallen. Mit dem Holz kannst du mir dann nicht mehr aufbauen. Ja, aber ich würde das dann ersetzen mit Zaun. Nein. Natürlich ist es viel günstiger. Was macht ihr da? Wir sind ja die ganze Mauer wieder. Boah, wer hat hier schon wieder ein Setzling hingepflanzt? Hier stehen überall Setzlinge, das ist dämlich. Sauna muss man auch immer nach Ebenen. Aber die sind ja wirklich nicht gebrochen. Wir müssen das mal nicht. Ich muss das doch mit den Holzteilen hier hören. Ja. Beim, beim... Zwei. Ja. Ja, klar. Zwei hier nur ein. Ich denk. Ja. Dann, äh. Seht nicht viel unspektakulär aus. Ach. Es geht unspektakulärer. Es geht wenigstens sicher aus. Zaun auch. Nein. So. Ja. Es war ein Meter zuvor. Zaun hat man. Außerdem ist Zaun sparsamer. Ich hab's ausgerechnet. Aber dann war ich da. Nein. So. Jetzt nicht mehr. Oh, Konto ist fertig. Jetzt will ich die hochziehen. Achja. Ich hab übrigens einen besseren Schnitt als er. Hey. Ich glaub ich müsste mal sehr bald. Stimmt. Können wir uns zusammenschmeißen? Auf. Die Tür geht nicht auf. Oh man. Schon gut. Darf ich jetzt immer hochziehen? Nein. Da kommt Zaun hin. Achso. Nein ist es nicht. Oh hier sind die ganzen Schwärter. Stimmt. Die hätt ich da mal reingepackt. Wie macht man Brot? Drei Weizen nebeneinander. Soll ich's mal Brot machen? Ich hab Hunger. So. Kann ich nix für. Haben wir irgendwo ne leere Kiste? Nö. Zaun ist langweil. Wer ist für Zaun? Ich. Überstimmt. Wir haben's nicht gleichzeitig gesagt. Putz dir mal die Ohren. Nein. Nein. Wollen wir jetzt den Berg hier wegmachen oder? Ich muss mal kurz was. Ich hab schon ein bisschen angefangen. Warte mal bitte. Ist grad eingefallen. Ich. 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 Du. Ich. 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 Wolle wissen was du sprichst. Ja schon, aber. Ich höre immer die Musik hier Ich höre immer, wie es ein Irrer auf irgendwas rumkloppt Ich würde sagen, wir ebnen den innerhalb des Zauns, dass der Zaun ungefähr eine Höhe hat Ja, ich höre sinnvoll aus, es geht noch Sollen wir in der Mine? Hm? Sollen wir in der Mine? Können wir eigentlich machen Okay, wer reißt die Mauer ein und wer baut den Zaun hin? Das können wir gleich machen, nach Mittag Eigentlich braucht es mir Glowstone, aber wir haben kein Obstilien Und ein Blitzflaches, wir haben schon welches entdeckt Echt? Achja, stimmt Lass das mal abbauen Wart mal, im Nether gibt es auch Monster, ne? Ja Wo irgendwie übel sind Geister und so Ich war noch nie im Nether, also ich kann nicht sagen Was haben wir? Ja Scheiße, wo bin ich? Hier Äh Komm hoch Und um und Nach die Schleifung Hä? Was ist das hier? Eine Spalte Ach, das war mein Fieberloch Oh Boah Ja Irgendwärter War dann zu faul, dass er Das ist Das ist Das ist Also erstmal schlafen gehen jetzt Ja Du bist der Letzte Ja, mal wieder Hä Wie der Erste? Wie der Erste? Ja, im Bettlicht Hierbei Ich hab immer Angst, dass irgendwas neben mir spawnt Ich nicht Ich nicht mehr Oh, wir haben viel Erde Hier Dreck Natur Also bis Oh, Spinnen Die sind aber nur bei Oh, nein, brennende Zombie Die